Ich vergesse ihn immer. Schade, dass man sowas nicht speichern kann. Alright, dann möchte ich auch direkt loslegen, denn den 2LHR-Veteran, den wir 2L oder 3L nur einmal geben, den werde ich jetzt verteilen und danach werden wir den so nicht mehr brauchen oder nicht mehr vergeben. Und dazu habe ich mir eine kleine Liste erlaubt zu machen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen richtig und werde jetzt die Leute aufrufen, um nach vor zu kommen. Und vorhin waren sie zumindest da, falls jetzt jemand nicht da ist oder falls ich da irgendwie das nicht richtig im Kopf habe und der Typ vielleicht schon länger oder nicht so lange dabei ist, dann einfach nach vorkommen und oben blocken bitte, damit ich das sehe und berichtigen kann. Hat das überlebt? Für die Leute, die jetzt ein Jahr im 2LHR waren oder weniger als ein Jahr im 2LHR waren, aber noch im 2LHR waren. Und wenn es auch nur als Rekrut war, treten nach vor. Dann macht Meister Ichdi, beginnt das Ganze, danach haben wir... Ich habe jetzt vielleicht nicht alle Ränge im Kopf, also verzeiht mir das bitte. Ich meine Colin, das habe ich mit dem Fragezeichen, da war ich mir nicht sicher. Oder damals noch Rocky. Freikler, Huber, Armageddon, Luke, Bremse, Simcoe, Dexodin, Jay, bin ich mir nicht sicher, Lacuna, bin ich mir eben auch nicht sicher, Pineapple, Olaf, Sirian, ist auch mit Fragezeichen hier, Defoe, Chainsaw, Hugh Gush, Alex, Garas, Adio, Phantom, Pinfer, Siemers und Sterling. Ich trete nach vor, wer damit nicht einverstanden ist, blockt oben. Wer meint, dass das nicht stimmt? Was mit mir, Oberstleutnant? Habe ich dich aufgerufen? Nö. Gut. Keiner blockt oben, dann gehe ich davon aus, dass... Er kann nach vorkommen, aber egal. Ja, Sirian, wo liegt der Fehler? 2LHR. Bitte? Nein, nicht im 2LHR. Warst nie im 2LHR, okay, gut, vielen, vielen Dank, danke für die Ehrlichkeit. Alle anderen, der Jan war das, ne, jo. Ich glaube, Def. Dann niemand, gut, alright, da springt einer, Reiter, Def? Ich war als Recruite an mir die ganze Zeit, er, in 2LHR. Rekrut Dominik, dann nach vorkommen mit dir. Was ist das, Verstehen? Kamalari, zack. Heut! Sonst jemand? Alright, wir, Aiden und Adio sind gleichzeitig gejoint. Das war ein Recruiten-Trupp. Aiden und Adio. Wer ist da hinten? Bud Spencer. Ja. Ich habe euch nicht aufgerufen. Aiden und Adio, Aiden und Adio. Und ich habe, aber, ist, ist Aiden erst später gekommen heute? Ja, das war heute. Ja, gut, deswegen habe ich dich nicht da in der Liste gehabt. Aiden bitte natürlich dann auch noch vor, ist klar. Ich habe das nach dem Team-Speak gemacht, sprich Leute, die heute da sind. Denn es sind auch nicht alle da, die Reihe wegballern. Jawohl, danke für diesen hochqualitativen Kommentar. So, ähm, blockt jetzt noch jemand oben? Nee, hier nicht. Das ist definitiv die größte, ähm, Gruppe. Ist ganz klar. Und ich, ähm, ja, möchte jetzt jeden Einzelnen abklatschen, daher Waffe ziehen, oben blocken, meine Herren. Und gratuliere und danke vor allem für die, ähm, ja, für das, ja, doch lange dabei sein. Wo ist er, Huber, Musketier Dexodin, Reiter Luke, Reiter Armageddon, Wo ist er, Freikler, wo ist er, Colin, Wachtmeister Ichdi, ja, sehr schön, Unteroffizier Simcoe, Unteroffizier Bremse, Musketier Che, Musketier Pineapple Olaf, Musketier Laguna, Artillerieadjotante Faux, Ombadier Chainsaw, Kanon Jägaras, Jäger Adio von Polen, Jäger Phantom, Jäger Kommissar Pimfer, Oh, Kommissar, Jäger Stirling von Stör, Jäger Simmers von Salzburg, sehr schön, dass du da bist, Reiter Death, den hab ich nicht aufgerufen, und Jäger Aiden, Bud Spencer, was ist mit dir? Bist du auch zugleich mit Aiden und... Nein, äh, ich hab aber schon länger gedreht. Ja, dann tritt aus, bitte. Nein, äh, tritt aus, bitte. Die Leute sind schon länger dabei, sind die kommt... Es sind die Leute, die ein Jahr dabei sind. Ja, ja, ja mein ich doch, so ein Jahr zu... Ja, einfach wieder in deine, auf deinen Posten gehen, und wenn du aufgerufen wirst... Gut, Männer, dann würde ich sagen, legt an in den Himmel, auf die Geehrten, ich werde die Ordner nachher verteilen, ich hab jetzt ja die Liste, ich werde euch dann eine nach dem anderen... Alle, kommt ihr auch hier vorne, alle, jeder legt an in den Himmel, das gesamte Regiment. Death is face, ja, okay, wunderbar, Dankeschön. Ähm, auf die... Verzierten Feuer. Sehr schön. Ihr könnt wieder eintreten, wie gesagt, ich hab euch alle, äh, auf der Liste. Grundsätzlich, äh, werdet ihr dann nachher den Orden im TeamSpeak noch bekommen, und ich werde dann auch, äh, am FSE-Thread die Liste aktualisieren. Falls jemand dann, äh, doch nicht hinzugefügt wurde, weil ich jetzt aus irgendeinem Grund doch nicht in der Liste haben sollte, bitte einfach bei mir melden. Leute natürlich, die jetzt nicht da sind, wenn die dann später kommen, bitte zu mir schicken. Ähm, weiter geht's mit der Liste, die doch etwas kleiner, aber nicht unbedingt klein ist, für die Leute, die jetzt länger als ein Jahr, aber maximal zwei Jahre dabei sind, ja. Und wir beginnen mit dem Stabsatdiodanten Death Vader, mit dem guten Hauptmann Mike, mit dem Artilliodanten Killer Felix, Feuerwerkshauptmann Mogawolf, Feuerwerke in Extremo, Artillerieunteroffizier M-Lux, Kanonierchaos, oder Oberkanonierchaos, tut mir leid, wenn der Rang jetzt falsch ist, Hauptmann Nikow, Feldwebel Hansel, unter, nu, Sergeant Arsene, Unteroffizier Speedy, Hornist Bubi, Oberjäger Nanodogs, Oberjäger Scrooge, Jäger Bannapfel, und Jäger Bud Spencer. Also, ich hoffe, die Ränge waren richtig, oder ihr verzeiht mir, wenn ich sie falsch gesagt habe, aber das ist, denke ich, nicht ganz so wichtig. Hier das Gleiche, die Leute bekommen dann den Orden, ähm, jeder, und mich natürlich, natürlich, ja, jeder, der damit nicht einverstanden ist, ähm, zu lang oder zu wenig lang, der blockt jetzt oben, so haben wir hier Oberjäger Nanodogs, bitte, wo habe ich einen Fehler? Man kann ich nicht hören, übrigens. Immer noch nicht, falls er was sagt. Ich glaube, er schreibt. Aha, okay. Dann darf ich nicht raus. Hat er schon geschrieben? Nee. Okay, also, Nano, wir können dich nicht hören, du kannst es hier hingehen gerne tippen. Ich nehme in der Zwischenzeit den Adjutanten Felix. Ich war schon länger dabei. War schon länger dabei. Dann, äh, länger als zwei Jahre. Ja. Bist du sicher? Wann bist du beigetreten? Ach Gott, wo ist denn das? Sekunde. Dann raus mit dir, Nanodogs. Kurz nach Kuckuck, das weiß ich. Kurz nach Kuckuck? Ja. Okay, wir werden das erstmal korrigieren. Wir haben hier Nanodogs und Killer Felix. Dann rätet ihr beiden raus. Darf ich kurz fragen, was los ist? Nein. Wenn, dann machen wir das mit PTS. Möchtest du was sagen? Dann frage, um Erlaubnis sprechen zu dürfen. PTS? Ja. Also, ich würde es eher, ich musste gerade kurz meine Mutter helfen. Um was geht es? Ja, sehr schön. Du stehst bei den Jägern, stimmt es, oder habe ich recht? Ja. Ja. Und du bist seit wann im 2LHR? Seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr warst du schon im 2LHR? Nein. Nein, danke schön. Keine weiteren Fragen setzen. Gut. Kein anderer erhebt Einspruch. Sehr schön. Und hier vorne auch keiner. Dann oben blockieren. Stabs hat ja dann Death Vader. Hauptmann Mike, der vierte, bitte den Deck ändern. Ich habe den Rang geändert, den Hauptmann nicht mehr. Stabs hat man Feuerwerks, hat man Moga. Ich hoffe, das stimmt bei dir. Ich kann es natürlich nicht ganz bezeugen. Feuerwerke. Ja, vielleicht nochmal nachsehen. Wir können das ja gerne verändern, falls es falsch ist. Tut es mir leid. Ich habe jetzt nachgeguckt in der Admin-Liste bei B-Engine, seit wann du dort bist und da war es eigentlich nicht länger als zwei Jahre. Muss aber jetzt nicht stimmen, deswegen. Also einfach dann zu mir kommen. Artillerieunteroffizier M-Lux, Hauptmann Nikow, Feldwebel Hansel, Sergeant Asen, Mannist, Bubi, und Unteroffizier Speedy, Jäger Scrooge, ach Jäger, nicht Oberjäger. Ich habe dich zum Oberjäger gemacht. Sorry. Jäger Panapfel und Schütze Bud Spencer. Okay, ich dachte, du bist auch schon Jäger. Junge, Junge. Leute, alle Leute, legt an in den Himmel. Gratuliere auch euch zur Verzierung an der Brust. Danke fürs Dabeisein, danke für die lange Treue zum Regiment, zum Mutterregiment. Feuer! M-Lux ist das Game. Wie geht das? Wie kann ich meinen Kameraden da treffen? Hä? Fragezeichen, Rufzeichen. Danke Männer, wieder eintreten. Ja, das mit dem Datum, jetzt ich die, danke sehr schön. Lassen wir vorerst, klären wir dann hinterher, wie die jetzt falsch sind. Und, last but not least, natürlich kein Problem. Last but not least, die Leute, die länger jetzt schon dabei sind, schon sehr ganz, ganz, ganz viel lange. Das ist zum einen der liebe Leutnant Kuckuck. Unser lieber Oberleutnant Adelon, Wacht, äh, Kutschung, Cornet Triarius, Corporal Swisi, Kanonier Frankior, Adjutant Killer Felix und Oberjäger Nanodox. Hat jemand, äh, erstens heißt er nicht Philo, sowas und zweitens, zweites, sehr, ähm, qual, hochqualitatives Kommentar, danke, bitte einstellen. Gut, hat hier jemand was dagegen? Hier haben wir den gefreiten Claudius vergessen. Es tut mir sehr leid. Bitte Claudius, äh, wie lange dabei? 54 Spieler, manchmal auch mehr. 2014. Also manchmal auch mehr Spieler sind online, also das ist keinem Regiment. Es gibt auch viele andere Regimenter, was das Spiel betrifft, und daher gibt es noch viel mehr Leute, oder liege ich jetzt falsch? Also Spitzenzahl war, er zählt. Ja, ich war 24 Spitzenzahl, war das lange her. LHR. Ja, also für den zwei Jahres, dann schreibe ich dich dort dazu. Um was es dem Spiel geht, ganz einfach, äh, Training, Nahtkampf, äh, schießen, und dann gibt es Line Battles, das heißt, da treffen sich mehrere, äh, so viele Leute, also 200 Mann ungefähr auf dem Server, und kämpfen gegeneinander in Schlacht aus, mit Artillerie, Kavallerie, Jäger und Infanterie, und ja, die kämpfen dann gegeneinander, und versuchen die Runde zu gewinnen. Und da gibt es auch mehrere Turniere, was zum Beispiel betrifft, ähm, Federno Robanov zu kochen, dann die, äh, NWL war das noch, die gibt es aber glaube ich nicht mehr, oder gibt es noch, aber dann wird nicht mehr so gut ausgeführt. Auf jeden Fall gibt es viele Turniere, was das Spiel betrifft, Groove-Fighting etc., also da gibt es einen Haufen Zeug, wo du Spaß haben kannst, und mitzocken kannst. Wenn du Interesse hast, hol dir das Spiel, du wirst viel Spaß haben, du glaubst mir. Jetzt noch irgendjemand für sich, und nicht für die anderen, etwas daran auszusetzen. Zu wenig lang. Musst du mal bei Steam gucken, was das kostet. Kann ich dir nicht genau sagen, was der Preis ist. Auf jeden Fall gibt es das bei Steam, oder wie gesagt, dann auf anderen Plattformen, wie Amazon und so weiter. Versuch es einfach mal darüber. Okay? Guck einfach mal rein. Einfach ein Mountain-Play eingeben. Vertretend. Kratuliere und danke. Ja, der ehemalige Rittmeister, jetzt Korporal Swisscronk, vielen Dank für deinen Einsatz. Leutnant Kuckuck ebenfalls. Oberleutnant Adelon auch. Danke vielmals. Kaned Adrearius, der lange dabei. Kanonier Frankior, ja, Kanonier ungewohnt, aber auch sehr lange dabei. Obeleger Nano-Docs und Adjutant Felix. Alles Namen, alles alte Veteranen. Legt an in den Himmel. Gratuliere zur Verzierung. Danke für eure sehr, 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 sehr lange Mitgliedschaft. Feuer! Gut, wieder eintreten. Dann haben wir das mit diesen zwei LHR-Orden. Die Leute, die jetzt nicht da waren, die kommen dann natürlich noch nach. Und bei den Leuten, bei denen jetzt etwas nicht passt, bitte dann im Anschluss oder im Laufe der nächsten Woche einfach werden wir das Ganze dann berichtigen. Okay, das war jetzt der eine Teil, der sollte mir oder weniger abgeschlossen sein. Noch etwas ergänzt werden, vielleicht aber im Grunde abgeschlossen. Ja, natürlich, für die zwei Jahre, da bin ich natürlich auch dabei. Ich bekomme auch, oder habe ihn schon natürlich, diesen zwei Jahres Orden. Da könnt ihr euch ansehen, wie er aussieht, aber bald laufen damit mehr herum. Ich habe mehr Hans, aber noch kein PTS gehört, daher werde ich nicht darauf reagieren. Gut, will ich sagen. Und wir kommen noch zu einem weiteren, zu einer weiteren Ordensvergabe, und zwar das Verdienstkreuz des zweiten LHRs. Da gibt es Leute, dieses ist das einzige, der einzige Orden, den ich auch Regiments übergreifend verleihen werde, für Leute, die eben viel Arbeit für das VLR geleistet haben. Nicht in Form, oder nicht zwingend in Form von Geldspenden, etc., denn ich denke, davon leben wir alle. Wenn hier kein Geld fließt für Server, für Homepage, für TeamSpeak natürlich, dann können wir gar nicht hier sein, niemand von uns, aber es gilt hier Leute zu ehren, die außerhalb vielleicht von NW oder außerhalb von ihren Trainings oder ihrer alltäglichen Regimentsarbeit oder sonst Zeit in das Regiment stecken, ob sie jetzt im Regiment sind oder nicht. Und dazu bitte ich nach vorne unseren Ehrengast heute, Hostikum, bei das Corporal Swisscrunk, den Hauptmann Mike, Leutnant Kuckuck, so, jetzt muss ich lügen, ich glaube, Jäger Simas und Offizier Speedion Kanonier Frankia. Ja, hier vorne, Teenage Mutant Ninja Turtles, alles klar, Hostikum, sehr einflussreicher Name, du hast mir schon die eine oder andere Map gemacht, beziehungsweise bist sogar dran, es tut mir sehr leid, dass du die NW Community mehr oder weniger verlassen wirst, was? Dennoch, wir haben schon etwas zusammengearbeitet, so, lass mich kurz nachsehen, daher verleihe ich dir den 2LR-Orden der dritten Klasse, gratuliere, vielen, vielen Dank, alter Freund, Corporal Swissi hat uns unseren FSE-Thread gemacht und ist auch drauf und dran, ihn zu verbessern, zu verändern, weil ich einfach zu unfähig bin und hat auch die Orden mitgestaltet hier im TS, alles, sehr schöne Arbeit, sehr viel Arbeit geleistet, daher, möchte ich dich mit dem Verdienstorten des 2. Leibregiments, 2. Klasse auszeichnen, ich gratuliere, Leutnant Kuckuck, eine sehr, sehr wichtige Stütze für mich, macht sehr viel Organisationsarbeit rundherum, nebenher leitet er jetzt ein Bataillon, vorher hat er beim Bataillonsleiten als verinnerlich geholfen, war das schon zweimal, Lange dabei, sehr treue Seele, 2 LR-Verdienstorten der 3. Klasse, Hauptmann Mike, natürlich, wie könnte es anders sein, SteamSpeak geht auf sein Konto, aber wie gesagt, deswegen möchte ich einen, deswegen alleine, nicht unbedingt, Mike macht sich viel Arbeit auf Twitch, lädt Videos auf YouTube natürlich auch hoch, versucht Werbung zu machen, bringt sich immer wieder ein, versucht mit seinen Ideen unser Regiment weiterzubringen, seine treue Seele ist immer da, oder nahezu immer da, so dass ich jetzt keinen Fehler mache, möchtet ihr den 2 LR, ups, sorry, möchtet ihr den 2 LR-Orden der 3. Klasse umhängen, gratuliere, so, ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, und dann haben wir noch unsere beiden langjährigen, was haben wir denn hier, oh ja, unsere beiden langjährigen, ja, Ingame-Server-Sponsoren, ehemaliger Bataillonsleiter Frankior, das ist auch sehr viel für das Regiment getan, immer wenn es etwas gab, hast du keine Arbeit ausgeschlagen, daher, das Verdienstkreuz des 2 LRs, 5. Klasse, Unteroffizier Speedy, für deine Arbeit mit dem Groupfight-Team natürlich auch, auch wenn es momentan auf Eis liegt, es war eine tolle Arbeit, oder vielleicht auch nicht mehr auf Eis liegt, ich habe das so verstanden, oder neu gegründet wurde, oder wie auch immer, bitte, sorry, wenn ich das jetzt falsch sage, aber auf jeden Fall für die geleistete Arbeit, aber natürlich auch für den Server, den du, ähm, den du bereitstellst, jetzt schon seit einiger Zeit, verziehe ich dich auch mit dem Verdienstkreuz, des 2. LRs, 5. Klasse, und, last but not least, Jäger Siemers von Salzburg, jetzt habe ich hier schon wieder das Offen, das gibt es ja nicht, so, ähm, für deine Arbeit natürlich, dein, ähm, präsentierendes 2. LRs, auf YouTube, ja, für deine Arbeit, die du da leistest, ich wünsche dir viel, viel Erfolg, für dich und uns natürlich, ähm, und dafür möchte ich dich auch ehren, mit dem Verdienstkreuz des 2. LRs, 5. Klasse, auf die Geerrten, legt an, in den Himmel, Ui, Spritzer, auf die Geerrten, Feuer, Gut, das war dieses, dann, ähm, habe ich, denke ich, noch, die können alle wieder wegtreten, da unten, dann habe ich, denke ich, noch eine einzige letzte Ehrung zu tun, Ui, ähm, gebt mir hierbei nur eine einzige Sekunde, bitte, User, 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 your channel, mhm, wer, was, wie, wo, worum, weshalb, kurze Frage, wer macht noch,